Musik Ich habe mich interessiert für das Produkt und habe auch alle Techniker dann auch gesehen, mich mal mehr mit bepasst und dass man mehr hinterfragt und auch probiert, eine Maschine gehabt, die ich probiert habe und das Produkt hat mich durch den Komfort, durch die Ausstattung und durch das optische Design sehr überzeugt und mittlerweile auch die Technik, die ich jetzt mehrfach probiert habe in allen Variationen, also das heißt, die Arbeiten, die er bei uns machen soll, die schweren Zugarbeiten, jetzt in der schweren Bodenbearbeitung, da wird dieser Schlepper hauptsächlich eingesetzt und durch die Komponenten, die ich von anderen Firmen schon kenne, die hier verbaut werden, habe ich da eigentlich ein sehr gutes Gefühl bei, diesen Schlepper zu fahren und bin einfach glücklich im Moment und kann gut gelaufen. Musik Der Schlepper ist für uns, das ist wichtig, das Ganze hier einsetzbar in Transportarbeiten, im Erdbau, wenn wir schwere Abbrüche oder Erde in weiten Wägen durchs Baufeld bringen müssen, ist dieser Schlepper von der Leistung, vom Spritverbrauch her sehr gut, hat uns sehr gut zu fahren. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017